Ja, EU-Justizminister wollen Schlepperei und Menschenhandel legalisieren. Ich begrüße euch zum nächsten Trailer. Wir haben den 10.3., aber es geht erst morgen raus. Jalla, jalla, auf geht's und weiter so im bunten Karussell. Aber nicht nur darum geht's. Ihr wisst ja, VK, Bitchute, Odyssey getrailert bei Rumble und dreimal YouTube. Und dann vielleicht bis gleich. Macht's gut. Tschüss.